Was haben wir? Kalten Kaffee in den langen Abend vor uns. Offenbar vielen Schüsse. Ja, und das haben Sie ja schon gesehen. Siegeln keiner, das steht fest. Glatt durchs Herz. Ein Mensch ist gestorben. Ein anderer bewendet sich immer noch in Lebensgefahr. Was ist mit dem Taxifahrer? Denken Sie zurück. Vor zwei Jahren. Sagen Sie es einen Abend. Theodor Fischer. Organspende? Sag mal, du brauchst eine neue Niere und du hast Kohle ohne Ende. Wie viel würdest du hinlegen, damit du ganz oben auf der Liste stehst? Irgendwas beschäftigt ihn. Naja, ist ja klar. Ich mein, die Geschichte mit seinem Bruder und die Sache mit seinen Eltern. Was meinst du? Naja, warum, wenn ich zurück nach Hause kann? Hör zu Finn. Ich weiß, dass dieser Scheiß dich fertig macht. Aber ich weiß auch, dass du so nicht bist. Das alles hier. Das bist du nicht. Du bist kein Einbrecher. Du bist nicht böse. Böse. Dann. 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 Dann.